Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin von Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und Sie haben eine falsche Meinung. Falls Sie das Thema interessiert, bleiben Sie dran. Fangen wir erstmal an mit dem Wichtigsten. Diese Meinung vertrete ich nicht. Ich vertrete die Meinung, dass es keine falsche Meinung gibt. Also, Meinung ist nämlich das, was Sie aus dem machen, was Sie täglich erleben, was Sie wissen, wovon Sie glauben, dass es richtig ist, das ist Ihre Meinung. Wie könnte ich mich erdreißen, zu behaupten, dass das, was Sie glauben, Ihre Meinung, dass es falsch ist? Wie könnte ich mich erdreißen? Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es wäre so. Ich habe die Meinung, dass dieses Auto hier nicht hingehört. Okay, meine Meinung, vielleicht finden Sie das gut. Es sind zwei verschiedene Meinungen. Nicht mehr, nicht weniger. Meinungen. Keine davon ist richtig. Es sind Meinungen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Okay, machen wir jetzt mal weiter. Ich habe schon klargemacht, dass es keine falschen Meinungen gibt. So, jetzt fangen wir mal mit unserem Spiel an. Ich erdreiste mich jetzt mal, so zu agieren wie unsere Politiker. Du hast eine falsche Meinung. Du bist ein Falschdenker. Du musst weg. Du musst tun, was wir tun. Du musst denken, was wir denken. Ja, ist das richtig? Nein, es ist natürlich völlig falsch. Und es ist tatsächlich gegen unsere Verfassung. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist festgelegt, dass sie meinen und glauben dürfen, was sie wollen. Ja, bitte schön. Sie dürfen sogar an Religionen glauben, ne? Ja, natürlich, ja. Also sie dürfen daran glauben, dass es da oben ein höheres Wesen gibt. Sie dürfen auch glauben, dass unsere Politiker das Richtige tun. Ich muss das nicht glauben. Sie haben eine falsche Meinung, ja? Also, so kann man eigentlich nicht anfangen, weil es ist doch völlig klar, wie es weitergeht, ne? Wenn es eine richtige Meinung gibt, dann gibt es anschließend einen Meinungsschutz, ne? Meinungsschutz, was es sein soll. Früher gab es einen Verfassungsschutz. Die haben sichergestellt, dass die Grundrechte eingehalten wurden. Und heute gibt es eben einen Regierungsschutz und demnächst gibt es einen Meinungsschutz. Und die kümmern sich nur darum, dass so Falschdenker, zack, aussortiert werden. Mit welchen Mitteln auch immer. Alles, was zur Verfügung steht. Die Presse, die Macht, das Geld, alles kommt zusammen und drischt drauf auf die falsche Meinung. So. Und jetzt kommt es natürlich nur darauf an, wer gerade an der Macht ist, um dann festzulegen, wer die falsche Meinung hat. Das heißt, es können dann Oppositionsparteien fertig gemacht werden. Es können unliebsame Kritiker fertig gemacht werden. Die fallen dann vielleicht auch irgendwann mal aus Fenstern oder so, wie in der russischen Botschaft gerade. Da bleibt mir gleich die Luft weg. Gott sei Dank ist es noch nicht so weit hier. Aber man muss davor warnen. Es gibt keine falsche Meinung, oder? Sind Sie immer noch der Meinung, es gibt falsche Meinungen? Okay, dann haben Sie die falsche Meinung. Hier in Deutschland gilt das Grundgesetz. Und das ist zu beschützen. Das ist zu verteidigen. Und das legt fest, wir haben alle eine Meinung. Und ob die falsch oder richtig ist, ist tatsächlich scheißegal. Oh. Vielen Dank.